So, da sind wir wieder voll gebufft. Hat 1 Minute 48 Sekunden gedauert. Also knapp 2 Minuten braucht das. Ah, Nesha! Ich habe versagt! Mir der Fürst der Schatten beschäftigt. Was für ein Erdbeben. Ich habe einen Erdbeben. Ich habe einen Erdbeben. Jupp, der ist tot. Sehr gut. Diesmal funktioniert es. Ich kam zu spät, um euch zu helfen. Oder Callum? Dieser Krieg verlangt uns viel ab. Und es ist noch nicht vorbei. Eure Verspätung hat Callum das Leben gekostet. Und ihr zweifellos auch? Wart ihr hier, als er fiel, oder kamt ihr auch zu spät? Sprecht nicht schlecht von mir, wenn ihr selbst auch mehr hättet tun können. Aber warum war Callum hier? Er sollte Hochfels halten. Callum überließ Hochfels dem Fürster Schatten und ist geflohen. Ein Schnitter fällt und mit ihm Hochfels. Trotz unserer Siege scheint der Einfluss des Fürsten der Schatten zu wachsen. Ich muss Lord Nescher die Neuigkeiten überbringen. Wir müssen die Soldaten von Niewinter nach Hochfels führen. Aber vorher müssen wir die Kreuzwegfeste vorbereiten. Trefft in eurer Feste alle Vorbereitungen. Und sprecht mit mir, wenn alles bereit ist und die Armee nach Hochfels marschieren kann. Offenbar hat uns der Schattenschnitter einen Gefallen getan. Nach seinem Tod haben wir auch das Buch von Ildkasa. Das könnte der Schlüssel sein, um den Fürst der Schatten zu erreichen. Aber wir sollten Liebe mit Erden und in der Kreuzwegfeste sprechen. So, gucken wir gleich mal. Wir werden jetzt mal gucken, was hier an der Beute rumliegt. Bohlem-Klinge. So, sonst ist hier nichts. Ah ja, stimmt. Das Buch von Ildkasa. So, gehen wir wieder hoch, ne? Was praktisch der untere passt, nach oben geht zur Hochfels... Äh, nicht Hochfels. Zur Kreuzwegfeste. Ja, wir sehen die nächsten. Oh, direkt, instant drin. Sehr schön, dann kann ich auf jeden Fall hier... Ring der Macht. Oh, mit Bewegungsfreiheit. Schöner Ring. Ich hab noch nicht geguckt, äh, um die Gruppe gewechselt. So, gucken wir mal. Ring der Elementarresistenz ist auch hübsch. Schwarze Robe des Erzmagiers. So, nur benutzbar von böse Hexenmeister. Ist eine schöne Robe tatsächlich. Und noch mal ein Ring der Elementarresistenz. Ja. Die ist wahrscheinlich nicht böse, ne? Ne, die ist neutral. Ja. Oh, ich werde mal grob nachfragen, ob er schon alles dabei hat. In den Keller. Diesmal hab ich die Abkürzung genutzt. Könnt ihr mit diesem Buch und dem Konstrukt etwas anfangen? Oh, meine Güte. Ja, ja, das kann ich. Mal sehen, was ich damit anfangen kann. Ich habe die Wörter rezitiert und einige Änderungen vorgenommen. Er scheint jetzt mächtiger zu sein. Ich habe die Wörter rezitiert und einige Änderungen vorgenommen. Kann ich helfen? Also, ich sehe, man könnte wohl sagen, ich stecke meine Finger über. Ja, 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 ja. Gut. Hat nicht so gebar, nicht das gebar, was ich dachte, aber ein bisschen. Unsere Straßen gehören zu den Gefährlichsten der Reiche. Unsere Patrouillen brauchen sehr viel intensive Ausbildung, um das zu ändern. Mit anderen Worten, das... Okay. Okay, okay, okay. Ihr habt das Buch von Ildkasa gefunden. Warst du ja nicht eben gerade da? Wo findet ihr nur immer diese wunderbaren Dinge? Ich muss wirklich selbst mit der Abenteuerei beginnen, wenn ich einmal Zeit finde. Woher wirst du bereits davon? Ich durchforsche noch immer dieses Buch. Der hat es mir einfach aus der Hand gerissen. Es ist teilweise sehr kryptisch. Viele Metaphern und veraltete metallurgische Verweise. Sobald ich es alles durchschaut habe, lasse ich es euch wissen. Aha. Ja. Ja? Hm? Ja? Der Name kommt mir bekannt vor. Er muss einen mächtigen Verbündeten gew- Das wollte ich eigentlich gar nicht fragen. Gut. Dann mache ich jetzt eigentlich nur noch Organisatorisches. Das sieht dann praktisch wie folgt aus. Ich hole mir mal einen dritten dazu. Krasse dann einmal. So. Und dann gehe ich mal alle Items durch, die ich habe. Sammulette der natürlichen Rüstung. Vier. Alles, was ich nicht gebrauchen kann, kann eigentlich direkt hier rein. Aber damit kann ich mir einen Elementalbeiz zaubern. Alles erstmal unwichtig. Ich habe immer noch die Meisterdinger hier. Ich kann nicht. Ich kann nicht. So, muss eigentlich gehen. So, wir haben eine Pixi-Lanze, das ist ein W4, ein Dolch, das ist ein Versorgungsbonus 2, folgt mir, ihr alle! Der W6, die sind aber besser meiner Meinung nach, sonst ist keiner Dolch, ja gut. Er nutzt den Heiligen Schild und hat halt diesen verdammt guten Hammer. Aber der muss auch haben, definitiv. Ohne Schild geht er nicht aus dem Haus. Golem-Klinge fährt damit weg, Langschwert, oh, ebenfalls, eigentlich alle Waffen. So, zweimal natürliche Rüstung plus 4. Felger kriegt eins. Damit hat er 30 Rüstung. Er ist ein Tank. Mittlerweile, also er ist jetzt ein Tank. Ich gehe voraus. Ihr folgt mir einfach. Oh, sie kann auch noch Rüstung gebrauchen. Ja. Die bringen ihr tatsächlich auch was. Da habe ich immer noch Rüstungsarm-Schienen plus 4 tatsächlich und plus 3. Ja. Ich gehe voraus. Ihr folgt mir einfach. Ja. Ne, die bringen nichts. Ja. Die hat schon 4er. Was gibt es? Die hat nur Kraft-Handschuhe. Was bringt die ihm? Stärke 1. Die bringen ihnen auch nicht mehr was. Ja. Ja. Was ist los? Ja. Greifen wir an. Ja. Ja. Folgt mir! Ihr alle! Sind die 4 abgeblieben? Ja. Ja. Was sieht die bekommen? Ja. Was ist los? Da habe ich doch auch gepackt. Ja. Was gibt es? Ja. 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 Die ist nicht böse. Dann ist das eh weg. Reflex- und Laufstiefel 1. Was gibt es? Ja. Greifen wir an. Was ist los? Ja. 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 Okay. Okay. Ring der Macht. Regional, Bewegungsfreiheit und Resi. Oder Resistenzen. Oh, da habe ich einen schwächeren. Dann ist das schon mal meiner. Ja. Ich gehe voraus. Ihr folgt mir einfach. Ja. Ja. Greifen wir an. Dann hat sie nämlich eine Regeneration und einige Resistenzen drauf. Die können sie gut gebrauchen. Gut. Ja. 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 So, die sind alle durch. Jetzt haben die natürlich auch noch ein Level abgekriegt. Dass ich meistens immer so durchschalte. So wie jetzt hier so. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack und zack. Ja. Ja. Na, kommt schon. Folgt mir. So, das reicht nämlich meistens immer. So, wer nutzt Dolche? Oh ja. Er hat sein komisches Teil. Folgt mir. Er ist auf Hammer ausgelegt auch, das weiß ich. Er hat auch einen ziemlich guten Hammer. Ja. Und der hat einen Bogen. Ja. Und dann hätte ich nur noch Cent zum Schluss. Das heißt. Alle Waffen können direkt hier rein. So. Er hat ein Gesundheitsamulett. Ja. Ja. Können wir behalten. Alle mir nach. Ja. Oh ja. 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 Folgt mir. Ja. So, die haben sich auch gleich alle erledigt. Ich? Ja. Was sind das für Stiefel? Nicht magische Stiefel. Ja. Ne, 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 das geht so nicht. Ja. 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 Alle mir nach. Ja. Schutzring, ringender Widerstandskraft. Alle mir nach. Folgt mir. Ich muss euch wunderbare Dinge zeigen. Wie kann ich euch helfen? Ja. Widerstandsringen braucht man eigentlich nicht. Dann lieber Resistenz mitnehmen. Ja. Dann nimmt man weniger Schaden von allem. Ja. Ja. Die kann man auch kriegen. Ja. Dann hätte ich noch schwächere Ogerkrafthandschuhe. Ja. Wie kann ich euch helfen? Die niemand gebrauchen kann. Ja. 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 Dann haben wir nur noch Cent übrig. Ich bin ganz ohr. Ehrlich. Ich lasse den Computer entscheiden. So, er hat... Ja. Ich bin ganz ohr. Ehrlich. Ich bin ganz ohr. Ehrlich. Na. Ich komme noch tief. Ja. Ja. Und das war es gut... glaube ich, dann auch hier. Ich bin ganz ohr, ehrlich. Ja. Ich bin ganz ohr, ehrlich. Ja, Dolche. W4. Oh, ein guter W4. Und den Dolch plus 3. Vielleicht kann er die Pixielanze nehmen. Wollt mir. Ich muss euch wunderbare Dinge zeigen. W4. Ne, die S4 sind nicht schlechter als Saphira. Okay. Damit habe ich alles. Jetzt mache ich wieder folgendes. Ich hole mir meine alte Gruppe zurück. Und gehe praktisch zum Verkauf. Viele folgenden Platz habe ich jetzt nicht mehr. Ich sehe, ich habe schon zwei. Na, ich bin schon eigentlich am Limit. 80. Sind ja schon fast 50, also 100. Ich stehe tatsächlich kurz vorm... Festplatte dicht. Verkauf ich mir halt den ganzen Scheiß noch. Ach, was soll's. Das wollte ich ja nicht sehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis... Das Ding ist gar nichts wert. Bis zum nächsten Mal. Tschö.